Fischer, bist du auf deinen Reisen zufällig einer Fotografin begegnet? Sie hat hier vor ein paar Tagen angelegt, um sich mit Vorräten einzudecken. Wie komme ich da jetzt hin? Es gab ein Update vielleicht deshalb. Hallo erstmal. Neue Aufnahmesession. Oh, ich merke gerade was. Ich muss ganz kurz nochmal raus. Wartet. Diese Linie unter mir, die nervt mich so ein bisschen. Ich gucke euch vor, ein paar Bilder von der Stadt zu machen für Werbezweck, aber sich hier nicht interessiert zu sein. Ja, verstehst du das jetzt nicht, oder? Sie sagten, sie wollen Richtung Süden segeln. Vielleicht soll er sich mit ihr bekannt machen. Aha. Da habe ich dann bald dran. Bürgermeister. So. Beim letzten Mal haben wir ja einfach mal bemerkt, dass, ähm, ja, dass wir einfach noch nicht zu fit sind für, ähm, ja, genau. Äh, lass mal gucken. An Lager, was haben wir? Nichts. Gut, Schaden haben wir nicht. Wir sind relativ fix unterwegs. Das heißt, ich glaube, können wir hier noch was machen? Was hat das mit dem Nebel hier? Machen wir trotzdem mal. Das weiß niemand. Der hat sich verändert. Der bleibt bis jetzt, bis zum Morgen. Früher schien dafür die Kraft gefehlt zu haben. Ugh. Selbst in der Mittagssonne verweilt der als eine im Schattenlaune Bos hat, die auf der Dunkelheit wartet. Rieschein zieht hier noch aus dem Leuchtturm. Wer dieses Licht jemals erlegt, dann Gnade uns Gott. Okay. So. Mhm. Ich würde sagen, wir legen ab. Nein, das wollte ich nicht. Was? Nein. Äh, was? Ah, da. Mhm. Ja, das weiß ich. Wir müssen jetzt einfach mal jede Menge dredgen. Kann nichts mehr, ne? Äh, F. Oh, schön. Immer gut. Mittel machen wir dann nicht mehr, ne? Dann haben wir hier unser Krabi. Prüfen. Da haben wir eine große. Haben wir Platz für eine große. Wir haben Platz für eine große. Und wir haben Platz für zwei kleine. Wir haben sogar Platz für noch, ne? Aal geht auch hoch, genau. Okay. Ähm. Und da hin. Dann müssen wir jetzt hier nicht mehr weitermachen. Das heißt, wir können jetzt nochmal zurückgehen zum Verkaufen. Wir müssen jetzt wirklich uns um Geld und, äh, ja. Und alles kümmern. Hm, da wäre was. Gut, dann gehen wir gleich mal da hin. Ähm. Okay, und angelegen. Mist. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Wir sind natürlich an der falschen Gucht. Wie immer. Aber es ist ja noch früh. Aber wir brauchen vor allen Dingen Material. Alles immer so ein bisschen doof. Dieses roten Licht habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was das war. Ein Fisch verkaufen. Sehr schön. Das brauchen wir nicht. Ja. Fix. Und gleich wieder weiter, ne? Wir müssen jetzt ein bisschen grinden. So ist es. Weil für Story sind wir noch nicht fit. Ähm. Da hinten war eins. Da hat es ein bisschen geflackert. Nicht immer gut, wenn es flackert. Egal, den holen wir uns. Oh, der ist schön. Das ist der beste Platz. Ja. Okay. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Ja. 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 Warte mal. Ja. Haben wir da Platz für? Wenig, aber ja. Eins, ne? Wie war das nochmal? Ach. Der Planke. Da haben echt... Ne, warte ich. Verstand niedrig. Nützt aber nichts. wir können nichts davon verschieben also müssen wir an der stelle mal zurück das muss ich ganz schön noch mal was haben wir dahin abgeschlossen ab ja das war es nicht in sekundin also hier er uns noch was mal so karte großmark ich bin auf dem richtigen weg da rein wir müssen ja anscheinend wirklich alles zwar mit dem dann kann ich da was fischen dafür habe ich noch platz dafür habe ich noch platz ich hab langsam ist schon ein bisschen düster wir gehen auf nummer sicher wir müssen es wirklich kleinlich angehen es geht nicht anders so fischhändler er freut sich oder freut sich richtig und ich auch so und dann zurück in die stadt dann gehen wir zur was war das ist das war es nicht wir wollen zurück in die stadt wir wollen zur forschung grad doof warte mal warte mal warte es ist so lange her ablegen trocken doch neu rumpf den brauchen wir auf jeden fall da können wir jetzt zumindest mal eins ablegen wir brauchen noch zweimal das das wäre so toll neuer wer toll wir haben fast genug geld dafür so dann würde ich sagen kommt eine kleinigkeit vielleicht haben wir was in der nähe wir legen noch mal ab hier gucken wir immer aber da vorne ist ja vielleicht noch was toll mittel kommt schnappen wir uns ein oder war auch nicht normal das ist ein spezieller das ist immer gut hier wohl ja so haben wir dann noch was was ist das denn dafür reicht es doch noch oder ja genau mittel kommt trotzdem einfach nur damit wir den tag nutzen ja gut wir sollten vielleicht nicht mehr so weit das war da lang und damit wir sehen oder ist noch was das müssen wir uns holen das ist schon der besondere ja egal machen wir noch ein trofäe was ist denn eine trofäe ok super jetzt mal gucken wo sind wir wir sind auf der falschen wir drehen um in dahin oh mein gott sind wir auf dem richtigen weg ich bin mir gerade nicht ganz sicher nein sind wir nicht wir müssen da hin man verirrt sich hier so leicht es dürfte aber nichts weiter sein nein aber wir haben ganz schön viel kohle gemacht und können jetzt auch tatsächlich ohne weiteres schlafen gehen super super ok ich händler super sonst haben wir nichts aber wir können jetzt ähm ja genau wir schlafen gut es geht leider also ohne den neuen rumpf wirklich keine chance äh es gibt nichts neues da ist auch nichts neues warum eigentlich die trofäe was ist mit der trofäe bringt die was besonders ich weiß es nicht so dann sag und wir dredgen ich brauche wichtiger als zeugs brauche ich im moment ähm ja freu ich es halt ne mal gucken das sieht wieder das sieht oh das sieht gut aus es ist schwieriger aber so ja das ist gut egal zack wir müssen bei all dem sehr aufpassen das sind auch stößen das sieht nach trash aus gut super oh ja brauchen wir dringend können wir zwei stück holen wenn wir haben ja super mehr brauchen wir jetzt auch nicht noch mal zurück kleines schiff auf viele touren ich verwechsel es immer wieder gut da müssen wir rein ein mit mit j 1 2 1 2 3 4 5 Was war das noch mal schnell? Veredeltes Metall. Ja, toll. Was? Nein. Ist er noch nicht. Ja, fertig. Und weiter. Fische. Tratsch, tratsch, tratsch. Oh. Ja, ja klar. Das wissen wir doch. Ach so. Gut, das wollte ich nicht. Ich wollte... Haben wir hier vielleicht was zum Dredgen? Nein. Ja gut, dann angeln wir halt eben doch noch einmal. Oh, Küstennähe. So ein schiefer Buckling. Gut. Ähm, warte. Dann stört es uns das nicht. So. Oh, und das hat sicher... Was? Okay, wow. Äh, das ist jetzt sehr schnell sehr dunkel geworden. Mhm. Also aufpassen. Und erst mal gucken, dass wir richtig fliegen. Oh, oh. Ähm, 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 ähm. Okay, immer geradeaus, würde er sagen. Aber nicht zu sch... Oh mein Gott. Aha. Oh. Warte, wo bin ich denn hier? Hilfe. Wir haben es doch fast geschafft. Na, super. Genau jetzt, ne? Was ist... Ah, ja gut. Ähm. Das hat sich gelohnt. Ähm, Moment. Ähm, ähm, ja, da lang. Langsam. Das kann... Kann man hier angeln? Das will man hier angeln. Können wir machen, ne? Ach, nee, machen wir nicht. Ähm, die machen doch da irgendwas. Muss da rein, ne? Ja. Da sollte jetzt nichts mehr passieren. Wieder spät, aber es gab ja ein bisschen was, ne? Gut. Mhm. Mhm. im moment einfach noch keine experimente es geht nicht anders es wird gegrindet was war das da ist ein krabbenkorb den können wir schon ja gut das ist super und nicht zu schnell ja genau das meinte ich das müssen wir das ist gut ein bisschen starten normaler das ist ein normaler das ist ein grotesk herr super wir müssten wieder nach rechts zeug zu finden ja das ist schon wieder so ein stein müssen wir das jedes mal machen das ist auch wieder kein material ich möchte aber material haben fisch haben wir ja schon grotesken das ist wieder fisch ist auch wieder doch mal da auch wo vor allen dingen ich habe vergessen wo wir das veredelte material material herkriegen man sieht es von weitem nicht so furchtbar gut doch hier ist es relativ sicher ein fisch ein fisch ein fisch ein fisch äh komm ja ja ach nee das ist nichts das ist gar nicht wo wir sind ich weiß gar nicht wo wir sind nödel sind super bevor wir jetzt großartig weitermachen wir fahren komplett außenrum werden wir natürlich nicht schaffen aber vielleicht gibt es eine abkürzung nach innen da haben wir noch mal so ein kleines da haben wir noch mal so ein kleines